Der junge Mann hier in der grauen Mütze ist seit gestern im Fokus einer öffentlichen Diskussion. Marvin Hitz, Torwart des FC Augsburg, hat am Samstag gegen den 1. FC Köln eine Unsportlichkeit begangen, die nicht nur Köln-Trainer Peter Stöger auf die Palme brachte. Direkt nach dem Elfmeterpfiff, der von Philipp Hosiner dreist erschweibt wurde, machte sich Hitz an dem Elfmeterpunkt zu schaffen. Anthony Modest rutschte aus, der Torwart hielt. Augsburg gewann mit 1 zu 0. Die Meinungen über Hitz-Aktion gingen bei Twitter auseinander. Nur Christoph Merzelder betitelte Hitz charmant als Elfmeterpunkt-Killer. Der Protagonist entschuldigte sich am Sonntag via Instagram. Fairplay in der Nachspielzeit sozusagen.